Kapitel 7 Gedanken zur Begrifflichkeit der Anlehnung Die richtige Versammlung ist nur möglich, bei Gleichgewicht, Anlehnung und gerade gerichtet sein. Andererseits aber erhöht die Versammlung das Gleichgewicht und verbessert damit die Anlehnung und den Gang des Pferdes und er zieht es zum Gehorsam. Alois Podajski, 1965 Eigentlich ist die ganze Diskussion um das Wort Anlehnung und deren heutige Definition oder sagen wir mal lieber, die Interpretation des Begriffs durch die breite Masse an Richtern und Ausbildern vollkommen überflüssig. Ja, es gibt immer auch Ausnahmen, aber die meisten Reiter ziehen ja doch am Zügel und das Pferd hält dagegen. Leider hat sich das daraus optisch entstehende Bild als richtig manifestiert und so wollen die meisten Richter und Ausbilder es auch sehen. Die deutsche Begriffsdefinition der Anlehnung erfolgte innerhalb einer leider schlechten Übersetzung des Werks von François Robichon de la Guerinière 1733. Viele Jahre nachdem dieses Werk erschienen war und sich die Reiterei bereits vollkommen zu einer Truppenkriegsreiterei entwickelt hatte. Zu Zeiten von François Robichon de la Guerinière wurde einhändig auf blanker Kandarre geritten. Das Pferd hatte in Selbsthaltung zu gehen, bei Freiheit auf Ehrenwort. Bei dieser Art der Reiterei hängt der Zügel optisch durch und dennoch verliert der Reiter nicht den Kontakt zum Pferd, denn das Lenken des Pferdes geschah durch das pure Anlegen des Leders des Zügels an den Hals des Pferdes und die Einwirkung auf das Gebiss mittels Demiarré erfolgte durch kurzes Eindrehen, bei gleichzeitigen Anheben der Zügelfaust und sofortigen Nachlassen. Einen permanenten Zug, ja nicht mal eine Halbspannung, gab es nicht. Unter Halbspannung verstehen wir, dass der Zügel nur so weit aufgenommen wird, dass er soeben nicht mehr durchhängt, aber auch nicht gezogen wird. Das Tummeln, also Lektionen und Wendungen auf kleinstem Raum war das Ziel der Reiterei. Man wollte schließlich auch zu Pferde fechten, beziehungsweise entsprach die Reiterei immer noch dem wendigen und eleganten Kampf Mann gegen Mann zu Pferd auf engsten Raum. Der Dressurreiter von heute wird gut daran tun, zu wissen, wie sein Pferd sich verhält, wenn er sein Leben mit den Zügeln in einer Hand den Degen oder Säbel in der anderen Hand zu verteidigen hätte. Nuno Olivera, Ratschläge eines alten Reiters an junge Reiter. Schaut man sich zum Beispiel die Reitbahn des Duke of Newcastle an, so wird schnell klar, dass ein Grundmaß an Versammlung nicht nur ein Ziel, sondern Grundvoraussetzung der Reiterei war. Die Reitbahn hatte mit nur 10 Meter Breite aus heutiger Sicht fast unmöglich kleine Ausmaße. Einen deutschen Begriff musste man zu dieser Zeit für den Apuis nicht erfinden, denn das Zielpublikum auch in Deutschland und Preußen sprach meistens perfekt Französisch als Amtssprache. Daher war Französisch auch erste Wahl für die Kommunikation der Reiterwelt. Das Zielpublikum der späteren deutschen Übersetzung von de la Gueriniers Werk war allerdings keineswegs der Freizeitreiter des Hohen Adels, welcher zum Zeitvertreib sich der schönen Künste und im Besonderen der Reiterei La Pour La nicht um des Siegens oder sich sportlich zu messen widmete, sondern die Kavallerie und deren Ausbilder. Man suchte bei der Übersetzung nicht nach den richtigen Worten zur Definition, es ging nicht um semantischen Inhalt, sondern schlichtweg um eine Übersetzung. Er stellt ohne die Rücksicht auf das Umfeld und die Zeit und innere Einstellung des Autors de la Gueriniers. Das heutige Verständnis und die Begriffsdefinition von Anlehnung hat nichts mit dem Ursprung zu tun, sondern ist eine eigene Erfindung der deutschen Kavallerie-Reiterei und ihrem geistigen Nachfolger der Sportreiterei. Übersetzer und Gutachter sind schon vor Jahren zur bitteren Erkenntnis erlangt, dass die deutsche Übersetzung des Werks von de la Gueriniers völlig falsch war. Ein Reiten nach dieser deutschen Übersetzung sei eigentlich gar nicht möglich. Diese falsch übersetzten Begriffe und Formulierungen wurden leider teilweise 1 zu 1 in die HDV 12 und später in die Richtlinien transferiert. Aus dieser Zeichnung müsste selbst Laien klar werden, dass der korrekte deutsche Dressursitz ziemlich genau das zeigt, was de la Gueriniers den größten aller Fehler nennt. Nämlich das sich nach vorne neigen mit steif aufgerichteten Becken, Hohlkreuz und Oberschenkelschluss und das de la Gueriniers selber gänzlich anders ritt, nämlich mit Lockerheit und Losgelassenheit, das Becken bequem nach hinten abgekippt und mit lockeren Schultern belastet, somit ohne Hohlkreuz, dafür mit offenen, lockeren Schenkelhang und losgelassenen Zügeln. Zitat aus Solinsky's ABC des Freizeitreitens. Obwohl de la Gueriniers auch hierzulande als der Begründer des korrekten reiterlichen Sitzes angesehen wird, ist es also so, dass der in den Richtlinien als korrekte Sitz definierte, der nach de la Gueriniers größte Fehler ist. Paradox, oder? Viele Lehrsätze, welche wir heute als wahr ansehen, als Dogmen, als Richtlinien etc. sind in Wirklichkeit stille Post der Reitlehre und das über die Epochen hinweg. Das hält selbstverständlich einige Ausbilder nicht davon ab, die heutigen Begriffe vernünftig auszulegen und gutes Werk zu tun. Natürlich mögen viele auch selbst eine positive Interpretation für sich finden. Die meisten jedoch bringt es dazu, Reiter und vor allem die Pferde in den Wahnsinn oder zumindest zur Verzweiflung zu treiben. Man hat sich schon vor Jahren auf eine Einbahnstraße begeben, deren Ziel nicht die Reitkunst im Sinne ihrer Wurzeln ist. Die wahre Leichtigkeit besteht nicht nur in der Nachgiebigkeit des Unterkiefers. Sie beinhaltet auch Gangfreude, Gleichgewicht, Ausstrahlung und Abwesenheit von Widerständen. Keine dieser Eigenschaften kann ohne Leichtheit erreicht werden. Leider haben die Dressurvorführungen, die man heute in offiziellen Wettbewerben sieht, nichts mehr mit akademischer Reitkunst zu tun. Das ist ein übler Zirkus. Da sieht man routinierte Pferde, die keinerlei Anmut zeigen. Nuno Oliveira in den 1960er Jahren. Die heutige Auslegung der Anlehnung wird leider oft als permanenter, feststehender Kontakt mit leichtem Widerstand interpretiert und dessen zu erwartende Optik auch so auf dem Turnier gerichtet. Obwohl die Väter der HDV noch gänzlich andere Ansichten hatten. Um diese Leichtheit an der Hand zu erzielen, muss das Handgelenk vollständig losgelassen sein, sodass ein anderer die Hand des Reiters nach jeder Richtung hin drehen kann, ohne das geringste Widerstreben zu empfinden. Der Unterschied zwischen der geschlossenen Hand des Reiters und einer geballten Faust besteht darin, dass der Reiter seine Finger zwanglos um die Zügel legen soll. Eigentlich liegt sogar das Festhalten der Zügel mehr im Schluss der Finger aneinander um die Zügel als im Schließen der Faust. Während zum Bilden einer Faust die Finger mit Eindrücken der Nägel in die Handfläche mit aller Kraft geschlossen sein müssen. Adolf Schmitt, Neue Reiterpredigten, 1909. Während also zu Zeiten de la Gueriniers einhändig bei durchhängenden Zügel geritten wurde, reitet man heute eigentlich nur noch beidhändig mit anstehenden Zügeln. Die Gütezeichen allen authentischen Barock- und iberischen Reitens waren somit im 18. Jahrhundert tatsächlich vor allem die lockere Losgelassenheit des offenen Sitzrahmens, aus dem die Schenkel nahezu vertikal, also lang, herabhängen und waren die einhändig geführten Zügel, weil den echten Barock-Reitern durchaus noch bewusst war, dass man zum Reiten mit zweihändig geführten Zügeln weder ein gut gerittenes Pferd noch selbst ein guter Reiter sein muss. Wie Oskar Maria Steensbeck in Grundzüge der Reitkunst schrieb. Aus Satko Solinskys ABC des Freizeitreitens. Wer die Begrifflichkeit des Apui, also 1733, und die der Anlehnung, 1912, versucht zu vergleichen, sollte es besser sein lassen. Denn er wird Äpfel mit Birnen vergleichen, auch wenn zugegebenermaßen beides Obstes. Kommen wir nochmal zurück zu Podajski. Die richtige Versammlung ist nur möglich bei Gleichgewicht, Anlehnung und gerade gerichtet sein. Andererseits aber erhöht die Versammlung das Gleichgewicht und verbessert damit die Anlehnung und den Gang des Pferdes und er zieht es so zu Gehorsam. Alois Podajski, 1965. Sicherlich ungewollt gibt Podajski hier auch den Anhängern der Reitlehre François Bouchers Recht, welche ja die Versammlung oder zumindest ein Grundmaß an Versammlung vor der Bewegung zwingend voraussetzend bzw. Gleichgewicht und Balance vor der Bewegung fordern, um dann in der Bewegung ein noch höheres Maß an Gleichgewicht zu erlangen. Am Ende läuft es auf die ideale Synergie der Reitlehren hinaus. Schaue auf das Problem, also das Symptom, welches du in diesem Moment hast, analysiere dessen Ursache und bediene dich der richtigen Medizin. Oder wie Oliveira schon sagte, Steinbrecht ist wie Boucher, nur von der anderen Seite des Reins. Beide wollen das Gleiche erreichen, aber mit unterschiedlichen Pferdetypen und unterschiedlichen Herangehensweisen. Das Problem der Diskussion ist weiterhin die totalitäre Verfechtung von nicht hinreichend definierten Begrifflichkeiten. Versammlung, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, vorwärts. Gerade zum Letzten gibt es gruselige Ansichten und Auslegungen dieses Begriffes. Feines Reiten im Sinn der alten Meister, gleich welchen Jahrhunderts, ist immer auch ein nicht enden wollender Weg auf der Suche nach Wahrheiten und nicht ein Folgen von Dogmen. Eine Einbahnstraße hat hier leider die äußerst interpretierbare Sportreiterei eingenommen, welche die eigenen Halbwahrheiten teilweise inhaltslos manifestiert hat. Jeder Reitschüler kann zwar die Sätze der Richtlinien runterbeten, und trotzdem ist nichts definiert. Denn statt im Sinn der Pferde zu handeln, wird der Sieg, Schleifen und Gewinnen in den Vordergrund gestellt. Ich habe schon sehr viele Pferde mit schlechten Gebäude und schlechten Voraussetzungen in Versammlungen bei durchhängenden Züge gesehen, unter harmonischer und einvernehmlicher totaler Kontrolle im Sinne der Legerté. Das Gedankenkonstrukt der Legerté fordert Gleichgewicht, Balance, Losgelassenheit und ein Grundmaß an Versammlung über die Kieferflexion im Stand vor jeder Bewegung. Das Resultat ist nichts in der Hand von Anfang an. Diese Versammlung und Harmonie kann jedes Pferd erreichen. Was es danach erreichen kann, liegt an Reiter und Pferd. Die optische Aufrichtung dieser Pferde entsteht höchst reell im Anheben des Widerriss. Diese Pferde sind höchstem Maße auf den Hanken. Die Gruppe senkt sich aber immer nur in dem Maße, wie das Gebäude um die Gymnastizierung es auch noch oder bisher zulassen. Ein Pferd, das ist wie eine Geige. Vor allem muss man sie zu stimmen wissen. Dann einmal richtig gestimmt, sie richtig spielt. General Alexis Lott, 1895. Auch dieser Weg hat seine Tücken und Gefahren. Er ist nicht der einzige und leider sind auch viele Anhänger von der anderen Seite des Rheins, also die Boucheristen, totalitäre Anhänger ihrer eigenen Dogmen und lassen sich das Gedankengut vom Boucher als eigene Schule registrieren. Für mich ist Reiten ein Sich-Bedienen von allen Wahrheiten der Meister. Denn am Ende gibt es nur gutes und schlechtes Reiten. Der große Unterschied in der Reiterei, wie sie Olivera Racine praktiziert haben, zu der Auslegung der Sportreiterei heutzutage ist folgendes. Während der Sport Pferde und Reiter in Klassen und Lektionen einteilt und vor allem trennt, herabwürdigt oder hochjubelt, teilen die zuvor genannten Reitmeister die Pferde in Gleichgewichtsabstufungen ein. Hat man erst das richtige Maß an Gleichgewicht erreicht, kann das Pferd alles erreichen. Muss es aber nicht. Frei nach dem Motto, alles kann, nichts muss.